NFT Art Finance, was steckt hinter diesem Token und wie kann ich ihn kaufen? All das in diesem Video. Viel Spaß damit! Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute zeige ich euch eine weitere Cryptocurrency, die momentan sehr angesagt ist bzw. wohl am stärksten auf meinem Kanal nachgefragt wurde. Ich hatte sie selber überhaupt nicht auf dem Schirm und das hat auch dementsprechend seinen Grund, allerdings wurde sie von euch so oft nachgefragt, dass ich hier ein Video dazu mache. Ich weiß, dass dieses Video wahrscheinlich wieder sehr kritisch gesehen wird, da ich auch etwas kritisch über diese Kryptowährung sprechen werde. Wie ich es aber bereits gesagt habe, werde ich auf diesem Kanal zu 100% ehrlich sein und immer meine ehrliche Meinung sagen und wenn ich von einer Kryptowährung nichts halte, dann sage ich das genauso, wie ich es meine, weil ich hier nicht irgendetwas hochpushen möchte, womit andere Leute dann dementsprechend im Endeffekt ihr Geld verlieren. Ich werde heute meine offene und ehrliche Meinung zu NFT Art Finance sagen, sie euch vorstellen, aber euch trotzdem zeigen, wie ihr diese käuflich erwerben könnt, wenn ihr das denn wollt. Schaut euch aber bitte zuerst das Video an und macht euch natürlich auch extern noch weitere Gedanken und informiert euch über eine Kryptowährung, bevor ihr in diese investiert. Meine Videos sind natürlich keine Anlagenberatung und sollen weder Kauf- oder Verkaufsentscheidungen treffen. Bevor das Video startet, erstmal einen herzlichen Dank für die ganzen Glückwünsche gestern. Vielen Dank, ich war richtig überwältigt, wie viele Glückwünsche ich bekommen habe. Mega nett von euch. Vielen Dank an jeden Einzelnen von euch für den Support und natürlich Unterstützung über die Bewertung. Kommentiert meine Videos auch weiterhin sehr gerne mit Projekten, die euch besonders interessieren, damit ich weiß, was momentan gerade angesagt ist und was ihr gerne sehen wollt. Abonniert diesen Kanal ebenfalls sehr gerne kostenlos, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. So, genug zu dem Thema. Ich werde natürlich unten im Video einzelne Timestamps wieder einblenden. Ihr könnt dann dementsprechend durch das Video durchskippen zu den Passagen, die euch wirklich interessieren. Wie gesagt, ich empfehle allerdings das gesamte Video zu schauen. Ja, NFT Art Finance. So viel gab es zu diesem Token überhaupt noch gar nicht zu sehen, beziehungsweise herauszufinden, da er erst seit einigen Tagen wirklich gelauncht ist. So wie ich es auf CoinMarketCap gesehen habe, ist er wohl erst seit dem 22.04.2021 handelbar und ist seitdem absolut in die Höhe geschossen. Ja, die Preisentwicklung ist auf jeden Fall ziemlich stark und geht momentan eigentlich nur nach oben. Warum ich der Meinung bin, dass das nicht der einzige Weg sein wird, in der diese Kryptowährung laufen wird, zeige ich euch in diesem Video. Ja, wir haben mit NFT Art Finance wieder einmal eine Kryptowährung, die eine so hohe Supply an Tokens hat, dass man den Kurs bzw. den Coinwert überhaupt nicht nachvollziehen kann. Bei so Kryptowährungen wie beispielsweise Ethereum oder Bitcoin haben wir einen gefühlten Gegenwert. Wir wissen, okay, 50.000 Euro Bitcoinwert ist schon eine Hausnummer, ist schon eine Menge und da steckt auch ordentlich was hinter. Aber bei Kryptowährungen, die 0,0001 oder 0,00001 kosten, haben wir überhaupt gar keine Relation, weil das sind beides super geringe Zahlen und daher ist es einfach super schwierig nachzuvollziehen, was jetzt wirklich für einen Wert hinter dieser Kryptowährung steckt. Ja, der Preis, den brauche ich hier glaube ich nicht sagen. Es ist eine 0 mit einigen Nullen dahinter und dementsprechend kommt am Ende dann eine kleine 4. Wie kommt das Ganze? Ja, es kommt natürlich wie gesagt durch die hohe Supply an Tokens. Insgesamt wurden nämlich 100 Billiarden Tokens geprägt. Ja, Billiarden und das hier ist nicht die englische Billiarden oder Billions, nein, das ist die deutsche. Eine 100 mit anschließend 15 Nullen. Das Ganze ist genauso wie beispielsweise das SafeMoon Protokoll, Fox Finance oder auch andere Projekte mit einer so hohen Supply ein Binance Smart Chain basiertes Produkt bzw. basiert es halt auf der Binance Smart Chain. Zu Beginn und da es nun mal eben kaum andere Quellen gibt, habe ich mich natürlich auf der eigenen Seite etwas umgeschaut. Die eigene Seite sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall minimalistisch aus. Ich habe mir selbstverständlich dann auch das White Paper angeguckt, um natürlich herauszufinden, was hinter dieser Kryptowährung steckt. Da ist mir zu Beginn erstmal eine Sache direkt ins Auge geschossen. Und zwar haben wir nicht nur die hohe Supply wie bei anderen Kryptowährungen, die momentan einfach gehypt werden, also sogenannte Hype Coins. Nein, wir haben auch noch andere bedeutende Parallelen. Wie gesagt, einmal die Binance Smart Chain, die natürlich dann dementsprechend günstige Transaktionskosten garantiert. Aber wir haben auch wieder 10% Transaktionskosten pro Transaktion, bei denen jeweils 5% der Tokens verbrannt werden und 5% zurück an die Community gehen. Sie bezeichnen sich selber als eine NFT und DeFi Hybrid Plattform, bei der mithilfe von Tokens NFT beansprucht bzw. gekauft und verkauft werden können. Ganz wichtig, das ist das Ziel bzw. so beschreiben sie es selber. Das ist aber momentan noch überhaupt nicht möglich. Die Seite ist super simpel aufgebaut. Schaut dort gerne mal vorbei und macht euch euren eigenen Gedanken dazu. Als der Launch auf Pancake Swap, also der Launch dieser Cryptocurrency quasi stattgefunden hat, wurden bereits 50% der Tokens verbrannt, also sprich 50 Milliarden. 46% wurden im Liquidity Pool von Pancake Swap zurückgelegt, halt damit man diese dort handeln und tauschen kann. 4% ging an die Developer, also an die Leute, die hinter diesem Projekt stehen, aufgrund von Entwicklungskosten und Vermarktungskosten, die natürlich dementsprechend relativ hoch sind, da solche Hype Coins gerne auf Social Media Plattformen wie beispielsweise Snapchat oder Instagram extrem gepusht werden. Ja, ich habe mir natürlich auch die Plattformen selber angeschaut bzw. das, was sie erreichen wollen. Zu Beginn werden wir erstmal auf visuelle Kunst hingewiesen. Laden sie ihre visuellen Kunstwerke als NFTs hoch und verkaufen sie diese mit unseren einfachen Drag & Drop Lösungen. Unser Marktplatz wird einfach zu bedienen sein und wenig Transaktionskosten kosten. Der zweite Punkt war Audio. Auf unserer Plattform wird es einen ganzen Bereich geben, der Musikern und Audioköpfen gewidmet ist. Wir werden einzigartige Funktionen implementieren, die sich an Musiker und die Musikindustrie richten. Der dritte Punkt sind Apps. Mit unseren kommenden Smartphone-Apps kann jeder NFTs von seinem Telefon aus erstellen und handeln. NFTs waren noch nie einfacher. Ja, sie haben natürlich nochmal zu ihrem eigenen Token hier einige Punkte aufgelistet. Dienstprogramm. Der Token soll die Plattform betreiben und die Standardwährungen darstellen, mit denen dann die NFTs dementsprechend gehandelt werden können. Angeblich ist das Ganze geprüft und sicher. Der intelligente Vertrag hinter der Seite soll durch ein vollständiges Code Audit gelaufen sein vom Unternehmen TechRaid. Das Eigentum an dem Vertrag wurde am ersten Tag aufgegeben. Dies bedeutet, dass der Code von niemandem geändert werden kann. Dementsprechend hat wohl angeblich keiner mehr Verfügung über den Token-Code. Ein weiterer Punkt sind die niedrigen Transaktionskosten. Das ist nun mal eben zurückzuführen aufgrund der Nutzung der Binance Smart Chain. Durch diese 5% bzw. 10% Gebühren und 5%, die zurück an die Token-Inhaber ausgezahlt werden, soll das Ganze ein passives Einkommen darstellen bzw. ein deflationärer Token sein. Denn je mehr gehandelt wird, desto teurer wird er automatisch, dann nun mal eben ein Teil der gehandelten Tokens verbrannt wird. Auf die Roadmap werde ich jetzt nicht großartig eingehen. Der März, den sie hier aufgelistet haben, war meiner Meinung nach eher der April, weil sie das Ganze ja erst im April gelauncht haben. Sie wollen allerdings im April noch weiter Marketing fortführen, sowie die Entwicklung und andere Punkte. Das hier ist jetzt eine 1 zu 1 Übersetzung, also wundert euch nicht, wenn das ein bisschen komisch klingt. Das sind nun mal eben die Vorgaben, die sie hier rausgeben. Sie wollen also allgemein das Ganze entwickeln. Das, was ich wirklich interessant finde, ist, dass die App-Entwicklung bzw. der Beta-Start dann im Mai stattfinden soll und im Juni dann die Plattform wirklich an den Start gehen soll. Wie kann man jetzt diesen Token kaufen, wenn man ihn denn haben möchte? Ja, das Ganze ist, wie gesagt, ähnlich wie bei SafeMoon, Fox Finance oder auch anderen Kryptowährungen, die so ähnlich bzw. fast genauso aufgebaut sind, relativ kompliziert, wenn man es mit anderen Kryptowährungen vergleicht. Zu Beginn braucht ihr erstmal beispielsweise ein Trust Wallet und einen Binance-Account. Diese beiden Apps könnt ihr euch ganz einfach runterladen. Auf eurem Binance-Account kauft ihr nun den BNB-Token und schickt ihn anschließend auf euer Trust Wallet. Das macht ihr ganz einfach, indem ihr auf Handeln geht. Dann kauft ihr den BNB-Token, dann geht ihr auf BNB-Auszahlen und schickt ihn an die Adresse eures Trust Wallets. Wie kommt ihr auf die Adresse eures Trust Wallets? Ihr klickt einfach bei der App dementsprechend auf BNB, dort steht dann Empfangen und dort steht dann eure Adresse, die ihr dann wiederum in eurer Binance-App angebt, um dementsprechend eure Binance zu eurem Trust Wallet zu schicken. Dort kann man dann oben rechts auf die drei Punkte klicken und dann ganz einfach den Token swappen und zwar zum Binance Smart Chain Token. Unten in unserer App haben wir nun den Browser, dort können wir ganz einfach Pancake Swap suchen und gehen am besten auf die V1 Old Version. Dort ist es momentan meiner ich bzw. für mich am einfachsten. Dort kann man jetzt einen Token auswählen, euch wird dieser Token hier nicht angezeigt, deswegen müsst ihr nach dem Token googeln, entweder auf der eigenen Seite nach der Adresse suchen oder beispielsweise auf CoinMarketCap. Dort wird euch dann dementsprechend auch die Adresse angezeigt, die dann ganz einfach kopieren und wenn ihr dann swappen wollt, ihn dort eingeben bei der Select a Currency. Dort müsst ihr dann ebenfalls noch über das Einstellungssymbol die Slipperage-Tollens auf ca. 8 bis 14 setzen. Es kann halt sein, dass einige Transaktionen nicht ausgeführt werden. Wie gesagt, es ist dadurch natürlich ein extrem volatiler Markt und ihr könnt nicht zu 100% sicher sein, dass die Transaktion auch so ausgeführt wird, wie ihr euch das wünscht. Wenn ihr das Ganze getan habt, dann müsst ihr in eurem Wallet nach oben rechts auf das Einstellungssymbol wieder gehen. Dort könnt ihr dann nach dem jeweiligen Token suchen, also nach dem NFT Art Token und ihn aktivieren. Dann wird euch im Wallet angezeigt, gemeinsam mit dem aktuellen Wert. Kommen wir zu meiner eigenen Meinung. Ähnlich wie beispielsweise bei SafeMoon oder Fox Finance habe ich natürlich meine Bedenken bei der Sache. Es ist ein weiterer Hypecoin, der meiner Meinung nach halt dementsprechend gehypt wird und dann abgestoßen wird von den Leuten, die wirklich viele dieser Tokens haben. Dadurch werden einige Leute profitieren und natürlich enorme Gewinne mitmachen. Allerdings gibt es in solchen Fällen natürlich auch auf der anderen Seite immer wieder Leute, die dann dort große Verluste machen. Natürlich kann es sein, dass dieser Token sich durchsetzen wird und dass er zu einer großen Plattform wird. Ich würde von meinem Portfolio Wert nicht mal 1% in einen solchen Token investieren, einfach nur weil mir das Risiko zu hoch ist. Wenn ihr natürlich Hochrisikotrader seid und schnell an- und verkauft, dann könnt ihr sowas natürlich machen und ausnutzen. Passt aber auf, es kann natürlich auch sehr gut sein, dass ein solcher Kurs extrem abschmiert. Gerade weil es nicht wirklich einfach ist nachzuvollziehen, wie viel Geld gerade in dem Markt steckt, ist es natürlich umso schwieriger, sich Vorstellungen zu machen, ob der Kurs noch steigen könnte oder eher nicht. Falls ihr wissen wollt, wie viel Geld in dem Markt steckt, dann könnt ihr natürlich die gesamte Marktkapitalisierung ganz einfach ausrechnen. Nutzt dafür einfach die Anzahl der Tokens, multipliziert mit dem aktuellen Preis. Ja, bei einer Anzahl von mehreren Billiarden Tokens ist das natürlich eine relativ hohe Zahl, die man hier multiplizieren muss. So lässt sich allerdings dann dementsprechend der aktuelle Wert ermitteln. Wie gesagt, für mich persönlich sind solche Coins und Tokens nichts. Allein schon aus dem Grund, da ich ein eher Langzeitinvestor bin. Das heißt, ich investiere in Projekte, die ich wirklich gut finde, wo wirklich was hintersteckt, wo wirklich ein Team hintersteckt mit einer Vision, die wirklich daran arbeiten und auch schon erste Erfolge hatten. Ein solcher Launch und nur weil ein Coin extrem stark gestiegen ist, ist für mich kein Anzeichen, dass dieser Coin unbedingt gut ist. Denn viele Projekte werden so gepusht und haben dann so einen Pump and Dump. Das heißt, sie werden hochgehypt, werden abverkauft, werden hochgehypt, werden abverkauft. Das wird so lange gemerkt, bis auch die letzten kleinen Investoren merken, Kacke, ich mache damit ja fast nur Verlust und dann dementsprechend der Token irgendwann gar nicht mehr genutzt wird. Für mich hat das immer einen sehr negativen Beigeschmack allgemein auf die Kryptowelt. Warum? Solche Pump and Dump Geschichten gibt es und gab es schon immer und sie sorgen natürlich immer für sehr, sehr schlechte Schlagzeilen. Viele Leute machen aus 50 Euro 2000 Euro mit solchen Pump and Dump Geschichten, was natürlich dann voll gehypt wird. Die posten das dann, andere Leute ziehen mit, aber irgendwann kommt der große Hammer. Irgendwann verkaufen Wale in diesen Märkten ihre Kryptowährungen und alle anderen haben das Nachsehen, weil sie dann auf ihren Verlusten festsitzen. Das alleine ist schon Grund genug, nicht zu viel zu investieren. Gerade für mich, der eher auf Langzeit investiert, sind solche Projekte daher nichts. Ihr könnt natürlich solche Pump and Dump Geschichten für euch persönlich ausnutzen. Denkt nur immer daran, ihr handelt dort hochrisikoreich und der gesamte Kryptomarkt ist schon hochrisikoreich. Das ist allerdings die hochrisikoreichste Sparte meiner Meinung nach, die es hier an dieser Stelle gibt. An dieser Stelle möchte ich noch eine ganz klare Warnung aussprechen. Diese Kryptowährungen können ganz einfach 99% oder noch mehr an Kurs verlieren. Das ist nicht unrealistisch. Man muss sich von diesem Gedanken lösen, dass sowas absolut unrealistisch ist, denn solche Geschichten gibt es. Ich habe es 2018 selber miterlebt und dort gab es noch nicht mal solche Hypecoins, wie wir jetzt momentan haben. Dort stecken wirklich noch vernünftige Projekte dahinter, die dementsprechend auch einen wirklichen Use Case in der realen Welt hatten. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht zu hart fronten. Kann natürlich auch sein, dass NFT-Arte sich absolut durchsetzen wird und an die Spitze getrieben wird. Ich persönlich glaube es nicht unbedingt, aber da muss jeder seine eigene Entscheidung treffen. Passt auf euch auf, passt auf euer Geld auf und habt eine wunderbare Woche. Das war es mit dem Video. Vielen Dank für euren Support. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Tschüss.